Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wie immer live, ungeschnitten und frisch für eine neue Webcam gesendet. Mein Name ist Oliver Gassner. Nochmal ein Video für die Literaturwelt, nachdem ich, glaube ich, am Freitag schon eins gemacht habe. Eigentlich müsste es eher Theaterwelt heißen, aber ich glaube, das gibt es schon. Und zwar war ich gestern mit Bekannung meiner Frau im Reigen von Arthur Schnitzler. Der wird momentan wahrscheinlich an einigen Stellen in der Republik inszeniert oder auf die Bühne gebracht, aber eben aktuell auch vom Theater die Färbe in der, diesmal nicht in der Färbe selbst, sondern in der Basilika, Schrägstrich Wasserberg, in Singen am Ruhentwil. Ich weiß nicht genau, wie lange das Ding noch läuft, aber zumindest bis Ende Mai und ich kann es durchaus empfehlen. Vielleicht kurz zum Werk. Im Jahr 1900 geschrieben, beziehungsweise ja, im selben Jahr, in dem die Traumdeutung von Freud rauskam, wie weit er dort seine Sexualthesen schon verbreitet hat und so, ich bin jetzt kein Freud-Historiker. Ich habe mich ein bisschen mit Freud beschäftigt, aber ich denke, so diese Idee, dass der Sexualtrieb ein zentrales Movens des Menschen ist, ob man dem jetzt heute auch anhängt, dieser These oder nicht, nicht. Ich glaube, das war schon eher im Schwange und ist ja durchaus bei Schnitzel und Haubart, ja, so bei Jugend ohne Gott oder eben Liebelei gibt es noch von Schnitzel, habe ich auch mal gelesen, habe ich jetzt gerade nicht mehr so präsent. Das ist ja durchaus ein zentrales Thema. Also im Jahr 1900 geschrieben, im Jahr 1930, wenn ich mich, oder 1920, ich glaube 1920, das erste Mal aufgeführt und es gab da wohl einen so riesen Krach, dass, also ein Skandal und so weiter wegen diesem Stück, ich werde gleich den Inhalt mal noch skizzieren, dass Schnitzler das aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und ich meine, es sei erst 1982, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wieder freigegeben worden. Und das muss auch die Zeit gewesen sein, zu der ich das relativ bald dann gesehen habe, das erste Mal im Stadttheater in Konstanz und ich vermute, dass ich auch damals das Stück, ich glaube, in der Rohro-Ausgabe gab es das zusammen mit Liebelei auch erworben habe. So, worum geht es in dem Stück? In dem Stück geht es sozusagen um eine Verkettung, ein Reigen, also eine Grundverkettung, eine Verkettung, bei der ein Glied in das andere greift, wobei, ja gut, also ein Kettenglied in das andere greift und eben eine Reihe von sexuellen Begegnungen zwischen Männern und Frauen, wobei interessanterweise auch auf ein homosexuelles Verhältnis angespielt wird, da weiß ich jetzt nicht so genau, ob das im ursprünglichen Text ist, aber ich würde es erstmal nicht ausschließen und genau und es geht also los, die Prostituierte mit dem Soldaten, der Soldat mit dem Stubenmädchen, das Stubenmädchen mit dem jungen Herrn, der junge Herr mit einer jungen Frau, aber die junge Frau eines anderen Mannes, die junge Frau des anderen Mannes mit ihrem Ehemann, der Ehemann mit der Schauspielerin kann es sein, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall gibt es also immer diese Szenen, die auch so überschrieben sind, also der Ehemann mit der und der Person und da kommt dann noch ein Künstler vor, die Schauspielerin und so weiter und natürlich endet das dann am Schluss wieder, dass der ein Graf, der vorher mit der Schauspielerin verkehrt hat, dann am Schluss dann wieder eine sexuelle Begegnung mit der Prostituierten vom Anfang hat. Das ist so grob der Inhalt und es werden einfach verschiedene Dinge thematisiert, Liebesschwüre, Vergewaltigungen, wenn man das so will. Junge Frauen, die sich vielleicht auch auf diese Art einen gewissen Wohlstand sichern, manchmal sichern müssen, interessanterweise auch diese Perspektive, ja der Mann, der muss ja sich die Hörner abstoßen, während die Frau, die bürgerliche Frau, eben die Aufgabe hat, sich da unberührt in die Ehe zu begeben und so weiter und so fort. Wie ist das jetzt in Singen inszeniert? Fangen wir mal beim Bühnenbild an. Das Bühnenbild besteht eigentlich nur aus einer sehr großen, runden, drehbaren Konstruktion, vielleicht drei Meter im Durchmesser, schätze ich mal. Also eine Person kann sich da durchaus oder auch mehrere Personen können sich da durchaus ausgestrickt oder liegend da aufhalten, was auch gelegentlich passiert. Und diese Konstruktion ist mit glänzendem, ich vermute mal Blech, belegt und wird in den Fällen, wo sozusagen die sexuelle Begegnung dann stattfindet, auch gedreht und zwar von Hand von einem der Schauspieler. Außerdem, also das Ganze findet eben in diesem Basilika-Raum statt, die Schauspieler sind von drei Seiten von Publikum umgeben. Das Ganze hat also auch diese Aufführung dort, auch so wie die Aufführung der Färbe. Die Färbe ist eben eine alte Färberei und im Wesentlichen als Kneipe eingerichtet und es gibt sehr wenig Bühnenraum und da finden also die Stücke so immer im Publikum so halbwegs statt und auf einer sehr kleinen Bühne. Manchmal auch auf zwei Bühnen, die an verschiedenen Enden des Raumes sind und hier ergibt sich durch die Konstruktion des Raumes eben auch eine ganz spezielle Form, eben das Publikum auf drei Seiten, von drei Seiten die Schauspieler betrachtet. Und wenn man so will, ist das ja wirklich so eine Art klassische oder eben vorklassische, also antike Theaterkonstruktion. Also im Prinzip ist es so ein Nano-Amphitheater, wenn man so will. Und also die Schauspieler sind eben von drei Seiten von Publikum umgeben und es gibt ja diese Basilika, obwohl es ein altes Wasserwerk ist, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht vorher doch mal eine Kirche war. Auf jeden Fall hat man also so einen zentralen Raum und dann geht nochmal ein schmales Stück hoch und an der oberen Seite von diesem zentralen Raum sind Fenster und über den Fenstern, also die zugemacht sind natürlich, damit man da einen Terraterraum haben kann. Und an diesen Wänden waren, also jetzt nicht auf die Wand, sondern auf so Platten Menschen gemalt, die aus dem Fenster schauen und zwar durchaus karikiert, überzeichnet, sozusagen Voyeure, Spanner oder so, die also auf dieses Rund blicken und da zuschauen. Und natürlich kommt man da nicht umhin, sich selbst eben auch in dieser Spannersituation zu fühlen, dass man hier eben diesen sexuellen Begegnungen zuschaut, wobei ich dazu dann auch gleich noch komme. So viel also zum Bühnenbild. Außerdem gibt es eben der Hintergrund, dass der Theaterbühne ist eigentlich ein Durchgang, eine Schwingtür, die dann auch zu dem Raum führt, wo man also zum Foyer, also das Foyer ist sozusagen hinter der Bühne, was auch immer ganz interessant ist. Und die Bühne dort in diesem Raum hat in dem Sinn, also ich war jetzt in zwei Aufführungen, da war es in beiden Malen so, in dem Sinn kein Bühnenhintergrund. Also es ist wirklich eine spannende Konstruktion für eine Bühne. Also es gibt eben in dem Sinn keine Kulisse, hinter der die Leute vorkommen, sondern sie kommen eigentlich immer durch diese Schwingtür. Ja, so viel zum Bühnenraum und zur Wandgestaltung. Dann mal so zur Grundkonzeption der Aufführung. Das ist am Anfang etwas irritierend, weil es heißt eben der Soldat und die Dirne und da stehen dann, also die beiden Schauspielerinnen, die Namen habe ich jetzt nicht gerade nachgeguckt. Ich glaube, das eine ist Milena Weber, ich gucke es mal parallel nach. Und ich muss zugeben, bei den Männern, die verwechsel ich immer, die Schauspielerinnen sind, akzeptabel verschieden, die Männer, da ist einer größer, einer kleiner, vielleicht komme ich da drauf. Und es ist aber manchmal auch nicht so ganz, noch mal gucken, Theater, Vorbereitung, Geschichte, Öffnungszeiten. Ich suche eigentlich die Schauspieler, finde ich jetzt hier nicht so richtig. Gut, also wie auch immer. Mal schauen, ob ich das hier. Ah ja, also Milena Weber und die Caroline Eichmann. Und dann gibt es noch den Ilmar Kühling und eben noch mal einen anderen. Den Ilmar Kühling. Und den Patrick Hellenbrand. Und ich muss zugeben, die beiden männlichen Schauspieler, also beide ganz wunderbar. Beide auch versiert in einmal sächsischen und wienerischen Dialekt. Und ja, es soll jetzt nicht negativ wirken, austauschbar. Ich finde sie beide eigentlich ganz, ganz super. Also eben Milena Weber und die Nina Caroline Eichmann. Also die stehen dann da, die haben standardmäßig so schwarze, leichte Kleidchen an und so drunter so lange Leggings. Leggings sind in der Regel barfuß. In einem Dings haben sie dann mal so hohe Schuhe an und manchmal wird das Kostüm dann noch durch eine Dienstmädchenschürze einmal durch so eine Art, wie soll man sagen, Trachtenkleid ergänzt bei den Männern und auch bei den Frauen gelegentlich durch Bademäntel, die durchaus manchmal dann eben auch signalisieren sollen, den Status oder den Hund oder sowas. Ansonsten ist es vom Kostüm, also sehr generisch. Und da stehen aber plötzlich beide Frauen auf der Bühne und eben dieser Soldat, der auch so einen Soldatenrock anhat. Und es ist also immer so bei diesen Szenen, dass immer die Person, kann man sagen, die neu dazukommt, die ist immer doppelt vorhanden. Also mal sind es zwei Frauen und ein Mann und mal sind es zwei Männer und eine Frau. Und die Person, die sich sozusagen diese neue Rolle jeweils teilen, die, die nicht weitergehen in die nächste Runde, so muss man es vielleicht sagen, die, die nicht weitergehen in die nächste Runde, die tauchen immer doppelt auf und teilen sich auch den Text. Und zwar so, dass sie zum Teil wirklich den Satz des anderen weitersprechen. Und das ist auch recht beeindruckend und trägt zu so einer Art Verfremdungseffekt bei. Also einmal ist eben dieser Verfremdungseffekt dieses Bühnenbild, bei dem man dann durchaus an Piepshow oder sowas denkt. Es gibt also auch vom Licht her so einen roten Scheinwerfer. Das fällt aber jetzt nicht so auf, dass jetzt alles da irgendwie in rot getaucht wäre. Und es gibt eben diesen Verfremdungseffekt durch diese generischen Kostüme und den Verfremdungseffekt dadurch, dass immer eine Person doppelt vorkommt in dieser Szene. Und dass die ihre Dialoge weitersprechen. Manchmal ist es so, dass dann diese Person oder diese Doppelperson, die sich die Rolle teilt, dass die sehr synchron handeln. Manchmal ist es aber auch so, dass die eine Person zum Beispiel freundlich lacht oder verführerisch guckt und die andere so die Augen verdreht und so. Und manchmal nimmt das so einen Comic-Stil an. Manchmal ist es sehr realistisch gespielt. Manchmal ist es sehr ironisch, sarkastisch gespielt, dass die Frau entsprechend da reagiert oder der Mann. Also eher die Frauen sind dann eher so ein bisschen überheblich manchmal oder sehr berechnend oder wie auch immer man das, während die Männer eher so ein bisschen gewaltsam agieren, sagen wir mal. Das ist, finde ich, in der ganzen Kombination ein sehr schönes Arrangement, was eben immer eine Art Distanz erzeugt. Distanz erzeugt dann auch, wie die entsprechenden Sexualakte dargestellt werden. Ich glaube, im Original war das immer so, dass dann an irgendeiner Stelle das Licht ausgeht. Also die landen dann immer zusammen im Bett und dann geht oder mal in Paris oder wo auch immer. Oder im Wald, im Prater irgendwo oder irgendwas im Freien. Und da geht also so aus der Inszenierung, ich kenne, ich habe jetzt also nicht nur meinen Text geguckt, dann geht das Licht aus. Und hier ist es aber eher so, dass die zum Beispiel zwei der Personen einfrieren und sich in einem Fall, also meistens in so einer Art prävorspielartigen Situation, also es werden natürlich schon dann irgendwelche Bewegungen gemacht oder irgendwelche sekundären Geschlechtsmerkmale hervorgehoben oder manchmal auch so ein bisschen infantil, kommt dann einer und hat so ein, wie heißt das, eine Wunderkerze, die er halt als Penis da vor sich hinhält oder ein anderer greift ihm so zwischen die Beine und macht da mit der Hand irgendwas, also von hinten durch. Also es gibt dann so Phallus-Symbolik und so weiter und so fort. Aber sozusagen der eigentliche Sexualakt wird eigentlich nie in dem Maße dargestellt, sondern oder es gibt dann auch Lieder zwischendrin, die eingeblendet werden, wo dann gerade eher die Männer noch entsprechende Beckenbewegungen dazu machen und so weiter und so fort. Aber also der eigentliche Sexualakt wird jetzt nicht nachgestellt, also dass sozusagen dieser Voyeurismus sich sozusagen das einbilden muss, was jetzt da passiert und es wird der eigentliche Sexualakt immer in einer Art Symbolik dargestellt. Manchmal eben durch zwei unbewegte Personen und eine Person, die sich dann in einem Fall, wie gesagt, stöhnend da wälzt, aber das ist manchmal dann auch so eine Art oder in einem Fall Hüpfen, die beiden Frauen so, also ob sie auf dem Mann sitzen würden oder so, aber das hat alles eher so eine Art Comic-Charakter oder Slapstick-Charakter, also nicht immer durchgehend, sondern das ist einfach je nach Szene mal so, mal so dargestellt. Und eben während der eigentliche Geschlechtsacht im Kopf der Zuschauer, wenn man so will, stattfindet, wird eben dieses Piep-Show, diese Piep-Show-Runde gedreht. Wie gesagt, ich finde das alles und insgesamt sehr, sehr gelungen. Die Schauspieler sind wirklich total, total top. Ich habe die jetzt das erste Mal, also ich war damals in der allerersten Aufführung von der Färbe und das war damals Warten auf Godot, 79, also ich meine zumindest. Und also da war ich zarte 15, 16 Jahre alt und hatte das Stück aber auch schon gelesen, meine ich, oder habe es danach gelesen, wir hatten so ein Sammelband mit Texten von Nobelpreisträgern und da war das auch drin von Beckett. Und ich war jetzt ganz lange nicht, weil wir auch nicht hier in der Region waren und wir waren jetzt insgesamt zweimal in letzter Zeit. Ich finde, das Schauspieler, das Ensemble ist ganz wunderbar. Also das hat ja wirklich mit minimalen, letztes Mal waren noch zwei Leute zugebucht als Schauspieler. Diesmal war es eben diese Vierer-Kerntruppe. Also ich finde die Schauspieler ganz wunderbar. Ich finde, dass die immer wieder sehr spannende Regisseure holen. Den habe ich jetzt nicht erwähnt, aber den könnt ihr euch googeln. Es war auch jemand, der vor vielen Jahren, das heißt, ich gucke gerade mal, das ist Andreas von Stuttnitz, der offenbar auch in ganz vielen anderen, also ich bin kein Theaterkenner oder so. Ich komme aus der Literatur und habe mich wirklich viel mit Theater beschäftigt, aber nicht kein aktueller Kenner der Theaterszene, der früher auch schon für die Färbe inszeniert hat, die jetzt hier zurückgekommen ist. Und ich finde es insgesamt extrem gelungen und so weiter und so fort. Man könnte den Hauch kritisieren, dass wirklich um 20.30 Uhr, auch an einem Samstag, wie es anfangen, und dadurch zieht sich der Abend schon und man wird doch vielleicht, je nachdem, wo man aufgestanden ist, dann gegen Ende doch ein Hauch müde. Aber ansonsten, ich finde das ganz, ganz gelungen und wenn sich jemand für Theater im Kleinformat und wirklich nahe an den Leuten, also man sieht wirklich jede Bewegung, die ganze Mimik und so, das ist also wirklich ganz wunderbar. Und die Schauspieler können, glaube ich, auch ganz anders agieren, als wenn sie sozusagen 400 Personenraum mit der Stimme füllen müssen. Also ich finde das vollkommen, vollkommen, also ich finde das gelungen und man kann jetzt dann, man könnte jetzt noch Sachen zu MeToo sagen und so, und in der Tat spielt Machtgefälle in diesen ganzen Szenen eine Rolle. Die haben, glaube ich, auch im Text irgendwie was gesagt, so nach dem Motto, wie haben sie das hier gesagt? Arthur Schnitzler schuf mit psychologischem Tiefblick und entlarvenden Dialogen die Archetypen des modernen, triebgesteuerten Menschen einen Blick in die Tageszeitung, in die eigene Verwandtschaft genügt, um festzustellen, dass die Mechanismen von Betrug und Selbstbetrug, von öffentlichem Schein und menschlichem Sein doch die gleichen sind wie vor 100 Jahren. Also das ist, also ich weiß nicht, ich habe das Programm jetzt nicht gekauft, ob da vielleicht ein Bezug zu MeToo noch hergestellt wird, aber MeToo, da geht es jetzt nicht nur einfach um Männer, die Frauen irgendwie als Objekte betrachten, sondern es geht ja um Machtgefälle und das spielt natürlich hier auch an der einen oder anderen Stelle eine Rolle, auch wenn es umgedreht wird, wie die Schauspielerin sozusagen den Grafen an seidenen Fäden sozusagen führt und sagt, du behältst dich jetzt so und du machst jetzt diesen, du machst jetzt jenes. Also, ja, also da ist sicher auch eine gute Diskussions- und Reflexionsfolie für diese aktuelle Diskussion. Und jetzt ist das durchaus nicht ganz kurz geworden hier. Vielleicht interessiert es euch trotzdem und wenn es euch dazu motivieren würde, A, in den Reigen von Schnitzler in der Färbe in Singen am Hohentwil zu gehen oder überhaupt wieder ins Theater zu gehen und vor allem vielleicht ein kleines Theater, ich glaube, dass da wirklich ein spannender Diskurs geführt wird und viele spannende Sachen stattfinden und das so, wie das Theater sich eben konstituiert hat als Diskussionsraum des Bürgertums, dass das eine Funktion ist, die es heute auch noch haben kann und vielleicht vermehrt haben sollte. In der Nachbarstadt Konstanz hat sich der Theaterleiter wohl immer wieder in die Nesseln gesetzt, was den Gemeinderat und die etablierte Politik dort angeht. Also schaut euch um, was es da in eurer Region gibt und geht ins Theater. Es tut Not. Bis dann. Danke und Tschüss. Schwimm nicht so weit raus, trinke nicht so viel. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Ich freue mich auf Kanalabos bei YouTube. Ich freue mich, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt. Ich freue mich, wenn ihr abonniert habt und dann auch noch das Glöckchen drückt. Dann verpasst ihr auch die sonntäglichen Livestreams. Danke. Bye bye.